So, hallo und herzlich willkommen hier aus meiner Küche. Ich kennt ihr ja schon aus Videos wie dem RAV4 Unboxing und meiner gesamten Kochsendung. Was machen wir euch heute? Bäh? Deutscher Satz. Was machen wir hier heute? Und zwar bauen wir heute um. Also ich. Alleine. Mit Katze. Ja. Warum? Dann sehen wir ganz mal an. Hier diese uralte Sitzecke, die kein Mensch braucht. Die fliegt heute raus. Das ist mein geiles High-Quality-Werkzeug. Und dann kommen da diese Bretter hin. Beziehungsweise Küchenarbeitsfall. Dazu muss der ganze Krempel erstmal raus hier. So. 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 fteig. So. Die Eckとか zerlegen. Guck mal mal. Ich bin praktisch das letzte Mal schon nicht so begeistert davon. Aber ich habe mehr Angst dessen, was sich dahinter verwirrt. Jetzt kann ich kein Clickbait da reinschreiben, wenn es hier die tote Maus ist, die sind so der Siegteil so raus. Aber wie viel zu Clickbait? Ich kenne mich ja nicht aus. Bin ich asozial. So kann ich ja sogar nicht viel sehen. Schöne mich ja doch. Und die Flüssigkeit. Und die Salz. Ja, das ist noch nicht gut. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020